Sie sind die erfolgreichsten deutschen Eiskunstläufer, Eistänzer, Sie sind die deutschen Meister im Eistanzen aus Berlin, Kati Winkler und René Lose. In dieser Saison gewannen Sie die einzig deutsche Medaille bei einem Grand Prix-Wettbewerb, wurden in Gelsenkirchen nämlich zweite, holten die Silbermedaille. Wir wünschen Ihnen viel Glück für das neue Jahr bei den Europa- und Weltmeisterschaften. Vielleicht kommen Sie den einen oder anderen Schritt weiter nach vorne. Jetzt zeigen Sie Ihnen Ihren Original-Tanz und der ist dieses Jahr aus lateinamerikanischen Rhythmen bestehend. Meine Damen und Herren, Kati Winkler und René Lose. Applaus Bäumenbert Wenn du Pigler und René Lose. Winkler und René Lose. Lose Timber joyous Tristeza, sabiendo que mañana, ya te vas conmigo, ya no sé, que tú te vas, que te vas, te vas. Y ha llegado la hora de decirte un adiós, mi amor, adiós, amor, adiós, amor. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!